Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Fusion Grundlager Tutorial Reihe. Und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir hier in einen Rotationskörper so eine helixartige Ausbuchtung einbringen können. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. So, beginnen wir mit unserer neuen Konstruktion und als allererstes machen wir unseren Rotationskörper. Ich mache den hier mal in der Vorderansicht. Mit dem Liniewerkzeug zeichne ich mir hier mal meine Rotationsachse, die ich dann später brauche. Dann können wir hier die Grundfläche zeichnen. So, mit Return gehe ich aus dem Liniewerkzeug raus. Wir wollen hier auch ein bisschen einen Spline mitbearbeiten. Können wir hier mal so einen Spline einziehen. So, und das oberen machen wir dann noch zu wieder mit dem Liniewerkzeug. Also L fürs Liniewerkzeug schließen. Wenn wir hier alles geschlossen haben, haben wir hier eine blaue Fläche. Das heißt, wir können jetzt auch schön rotieren. Können wir aus der Skizze rausgehen, ins Rotationswerkzeug wechseln. Die Fläche hat er jetzt schon erkannt. Dann gehen wir hier jetzt die Achse noch auswählen. Und jetzt haben wir hier schon, ja ich sage mal, unseren Becher erstellt. Als Rotationskörper mit A rufe ich das Farbewerkzeug auf. Und dann können wir hier unsere Farbe zuweisen. So, bevor wir jetzt weitermachen, ich möchte das Ding gerne ausgeholt oder ausgehöhlt haben. Das können wir mit der Schale-Funktion machen. Also hier immer noch im Volumen-Körperbereich gehen wir in die Schale-Funktion. Und im Normalfall würde ich jetzt hier zwei oder eine oder zwei Fläche auswählen, die dann die Schale erstellen. Ich möchte aber den Körper komplett innen drin aushöhlen. Deswegen müssen wir hier einen kleinen Trick machen. Und zwar gehen wir hier auf den Bereich Körper im Browser und wählen hier den kompletten Körper aus. So, dann sagen wir hier noch die Dicke, soll er zwei Millimeter sein. Und ich möchte es gerne innen aushöhlen, dann sage ich OK. Und jetzt können wir uns das Ganze mal prüfen, ob das auch funktioniert hat. Deswegen gehen wir hier einen Bereich prüfen, machen eine Schnittanalyse. Wählen hier nochmal die entsprechende Fläche aus. Wird natürlich gerade auf der falschen Seite freigeschnitten, um das jetzt nicht von Hand drehen zu müssen. Gehen wir hier in den Bereich Umkehren, in die Schnittanalyse. Dann kann ich mir das einfach auf die andere Seite anzeigen lassen. OK. Mein Körper ist jetzt sauber innen drin ausgehöhlt mit zwei Millimeter Wandstärke, das passt. Dann können wir hier im Browser wieder die Analyse ausschalten. Und jetzt werden wir uns darum kümmern, dass wir hier entsprechend unsere Helix zum Ausschneider erstellen. Dazu wechseln wir hier mal in die, bauen wir eine neue Skizze. Und ich mache die hier mal auch wieder in der Vorderansicht. Ich kann jetzt hier in die Skizepalette, um es einfacher mal zum Zeichnen, hier die Funktion Aufschneider anstellen. Und dann kriege ich ja automatisch in der Skizzeebene eine Schnittsanalyse eingesetzt. Und jetzt zeichne ich hier mal meine Rotationsachse, bzw. meine Achse mit ein. So, und dann machen wir hier mal noch einen Bogen oder einfach nur eine Fläche raus. Ich mache es mal einfach. So, ich habe hier jetzt eine Fläche. Im Augenblick ist noch ein Strich. Der muss wichtig ist nur, dass der hier über die Grundfläche drüber rausgeht. Der muss halt groß genug sein. Dann können wir ja sagen, Fertigsteller. Nehmen wir hier praktisch unsere Achse oder unseren Pfad. Hier haben wir unser Profil. Und jetzt ist das Wichtige, wenn wir sich hier in den Flächebereich wechseln, gehen dann auf Ersteller. Wählen wir jetzt hier die Funktion Sweeping aus. Und jetzt wählen wir hier mal als Pfad aus. Wichtig, dass ich hier im Swiping-Bereich die Kette auswählen deaktiviert habe. Weil wenn die eingeschaltet wäre, dann würde er mir hier den kompletten Zug, den kompletten Liniezug markieren. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte das auftrennen, also schalte ich das mir hier ab. Das heißt, ich habe nur die obere Linie als Profil. Jetzt wählen wir hier unseren Pfad aus. Und jetzt bekommen wir hier natürlich ein Swiping-Profil direkt hier runter. Das ist eine ebene Platte. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich kann jetzt hier den Drehwinkel einstellen. Zum Beispiel 180 Grad. Und jetzt bekomme ich hier eine 180 Grad Drehung rein. Da sage ich OK. Jetzt habe ich hier natürlich mein grünes Objekt. Das ist ja ein Volumenkörper. Hier haben wir eine Fläche. Können wir rein theoretisch so nicht schneiden. Weil die Fläche hat hier eine Dicke von 0. Aber da gibt es Abhilfe. Und zwar können wir hier dann im Bereich erstellen. Die Fläche auch verdicken. Ich wähle jetzt hier mal die Fläche aus. Dicke 4 mm können wir mal lassen. Wichtig ist, dass ich hier sage symmetrisch. Und ich möchte einen neuen Körper. Da sagen wir OK. Und jetzt habe ich hier zwei neue Körper. Nämlich hier meine verdickte Fläche. Die können wir hier auch noch nachträglich bearbeiten. Gehen wir hier zum Beispiel rein. Sagen wir hier. Ich möchte hier gerne das abrunden. So, wählen wir hier einfach die vier Kanten an. Die wir hier neu erstellt haben. Machen wir hier mal 2 mm. Dann haben wir das hier entsprechend verrundet. Oder machen wir eine volle Verrundung. Wir haben eine Dicke von 4. Von 8. Dann können wir das hier auf 4 machen. Da haben wir OK. So, und jetzt müssen wir das hier praktisch entsprechend ausschneiden. Wir können mal kurz hier unsere Analyse einschalten. So, und dann sehen wir hier, das sind jetzt praktisch zwei getrennte Körper, die wir auseinanderschalten oder die wir voneinander abziehen wollen. Kombinieren. Das machen wir jetzt hier dann wieder im Flächenmenü. Oder im Flächenbereich. Gehen hier auf Ändern und wählen hier im Prinzip unseren Kombinierenbefehl aus. Dann müssen wir hier unseren Zielkörper auswählen. Das ist in dem Fall unser Rotationskörper. Der Werkzeugkörper ist hier die verdickte Fläche. Es funktioniert soweit schon ganz gut. Hier können wir noch den Vorgang auswählen. Ich möchte es natürlich voneinander abziehen. Sagt dann OK. Ich habe das jetzt hier rausgeschnitten. Hier sehen wir auch unterschiedliche Dicke von unserem Material. Das kommt halt durch das Verdicken und durch das Verdrehen gibt es eine gewisse Veränderung der Oberfläche, weil im Prinzip das sonst mathematisch nicht lösbar ist. Mit dem müssen wir hier mit dem Vorgehensweise so damit leben. Und jetzt können wir das Ganze noch über eine runde Anordnung machen. Deswegen gehen wir hier mal in die runde Anordnung rein. Ich wähle hier die runde Anordnung. Element müssen wir auswählen. Das machen wir am besten hier unten über die Konstruktionshistorie. Das ist ja hier mein Kombinierer. So, dann die Achse. Können wir hier unten unsere Rotationsachse auswählen. Dann können wir hier mal die Menge angeben. Ich probiere es mal mit 4. Wichtig ist, wenn wir hier die Berechnungsart, wenn es nicht funktionieren sollte, mit dem Rotierer oder mit der runde Anordnung, hier einmal die Berechnungsart ändern. Bei Anpassen funktioniert es ab und zu mal nicht. Manchmal funktioniert es bei Optimiert. Muss man ausprobieren. Mit Optimiert dauert natürlich dann die Berechnung in aller Regel ein bisschen länger. So, Rechner rechnet jetzt. Und jetzt sollen wir gleich sehen, ob es funktioniert. So, hat funktioniert. Und jetzt haben wir hier schön unseren gewendelten Einschnitt in unseren Körper. Könnte eine Schachfigur sein oder ein Lampenschirm. Also alles Mögliche, was auf dem Dekorationsobjekt hinausläuft. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020